So, hier rennen wir Wetterstation. So, die Richtung. Aufpassen, hier oben im Flugturm könnte ein Unholtes bräumen. Und auch Unholtes von links vom Kran. Ja, ja. Scheiße, dieses Bohnen. Ja, da ist richtig scheiße, Mann. Ne, Sniper sind nicht da, aber Skev habe ich gehört. Ich habe auch eben Prabbeln. Ne, ne, ne. Jetzt muss man wieder aufpassen. Ein Teil, ne? Ja, das war hier unten. Er dreht sich hier vorne. Ja, rennt du denn genauer drum? Ja. Also unten an? Ja. Ja. Der links an dieser... Müssen aufpassen, da war noch einer rechts. Okay. Und die Sniper könnten ja auch schlagartig auftauchen. Ja. Ja. Wo ist der hin? Ist der zum Pier gelaufen oder was? Der rechts oder der linke? Der linke, den ich beschossen hatte? Ja. Der ist... Der ist da runtergerannt an dieser Mauer lang. Ach so. Ah, okay. Der ist dann irgendwo da unten an dem Baum. Da kommt er vor. Da kommt er vor. Oh, wie er blägt. So, jetzt ist nur noch... Der andere da, ne? Das wird da bei den Containern irgendwo hängen, ne? Guck mal aufs Geländer. Mhm. Ein Flugzeug. Hä? Das leuchtet mich hier an. Ach, das bist du? Nee. Gut. Da ist auch mal lieber. Der liegt kurz hier. Dann versteht sein eigenes Wort nicht. Na ja. Und noch mal hinter das Gebäude. So, jetzt würde ich dann Richtung Tankstelle rennen. Ja. Welcher Flussseite? Auf der rechten, wenn wir schon mal hier sind. Hier ist ein Skepp, kommt über die Brücke gleich gerannt. Über die Metallbrücke? Ja. Oben auf der Brücke. Okay. Hier ist der Hund verreckt. Ungewöhnlich. Mist. Ja, dann lass uns zum Pier. Wir müssen aufpassen, dass dann bei der Tankstelle oben keiner schimmelt. Ja. Ja. Ah, noch ganz zu weit gucken mit dem Scope. Bis zur Wetterstation gucken können oder schießen können. Schlecht. Mhm. Die Autokans, gell, muss ich sagen. Mann, was ist denn das schon wieder für'n Scheiß? Mal zum Strand. Mal zum Strand rum. Ja. 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 So, hier rennt was. Hier rennt was. Was denn? Wo? Mir ist was. Bin vorne am Strand. Am Strand oder? Stimmt. Auf den Klippen. Immer. Soll ich's wahrscheinlich auf den Spiegel hören? Ja, ja. Welches ist an zwei. Zwei? Komm vor zu dir. Wenn die auf der Straße. hab einen. Der andere ist Richtung Tankstelle. Hast du das? Nee. Achso, ich bin hier oben, ja. Hab ich dich grad beschossen? Nee, nee. Okay, dann ist es der Spieler. So, fein. Bin hart getroffen. Darf eine Granate hoch. Abkennen, scheiße. So, fuck off. Bist du hinterm Baum? Nee, ich bin unten erwartet. Okay, da ist hier oben bei mir irgendwie. Könnt ihr grad leider nicht helfen? Bewegt sich nicht. Ich hab ihn einmal getroffen. Ich weiß auch nicht, ob das gereicht hat. Mh. Du könntest maximal bei deinen Tests gucken, ob du einen PMC erschossen hast mit deiner Westernin. Ah, stimmt. Habe ich ja an. Wie heißt denn das? Panischer Part 4, glaube ich. Oh ja, ich hab einen erschossen. Dann wird das da gewesen sein. Super. Wenn die Granate sparen können. Das ist sehr nett. Ja, hier liegt der Pratsche breit. Super. Da haben wir zwei Spieler gekillt. Einwandfrei. Wieso ein Natter, Junge? Wo ist er denn jetzt hier? Komm, Junge, zeig deinen Stiefel. Wo ist er denn? Ah ja. Alter. Und der Killer Body Armor wenn da hier rum. Schlecht. Puh, die M700. Brauchst du noch eine M700, Benji? Nee, danke. Magisch nicht. Ich dachte. Zu laut. Knottelst du hier rum? Nee. Schießt du? Ja, da war jemand beim... Kommst du hier ran? Nee. Das ist der. Ich bin dort. Von hinten. Irgendwie. Scheiße. Aus Richtung Pier. Der war oben direkt an der Kante, wo es runter geht zur Straße. Ja. Einen habe ich. Ja. 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 Ich hoffe das Mac ist voll. Vielen Dank. Ich habe deine Leiche gesehen, Benji. Alter, und? Wo ist die von mir? Ne, das war es nicht. Das war nicht. Okay. Da hat sie nicht gekühlt. Die Gerüche unten auf der Straße. Ich habe sie, alle zwei. Alter, hast du die Thermalausführung von der Knoche? Was? Mit dem Bildschirm. Ach so? Ach so? Ich wusste gar nicht, wie aktiviere ich das? Wüsste ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil du einen Scope hast, kannst du das nicht aktivieren. Ach so. So runtergerutscht wie so ein nasser Sack. Level 52, Alter. Krass. Lang gemacht. Boah, ey, da hat so schönes Zeug. Da hat man in der AKSU, der Rattenkopf. Ach so. Dann schmeiße ich die mal weg. Ich wollte mich gerade laben an der, mich an ihr reiben. Oh, ey, das war so lecker, ey. Ich hatte so einen Hunger. Jetzt habe ich mir erst mal zwei Hotdogs gemacht. Weil es so lecker war noch zwei. Oh, da hat er ein RFD. Junge, Junge, Junge. Ich kann nicht so heulen, ich kann nichts mitnehmen. Oh, Triebzik. Kannst du noch bei mir gucken? Ich habe ja noch so einen goldenen Horn. Okay. Der noch nicht geklaut ist. So. Tunnel, mach mich mal jetzt aus dem Staub hier. Kann man nicht meckern. Nix. Du hast jetzt drei, ne? Ja, von jedem drei. Drei Scavs. Drei U6. Brauche ich noch sieben U6 und sieben Scavs.